freunde gepflegter fußballunterhaltung schön dass ihr wieder reingeklickt habt in ein weiteres pass 2020 video auf meinem kanal was anderes findet ihr auch nicht myclub mit den let's play makers 11 heute natürlich auch wieder am start und wir sind in der zweiten myclub woche der zweite donnerstag seit release ist heute also für die die das auf youtube sehen wahrscheinlich etwas später ja das ist immer wieder wartungsarbeiten und inhaltswechsel und heute gab es neue feature players die man sich ziehen kann mit 100 myclub coins each player of the players of the week wir können sie einfach mal anschauen nicht dass sie auf meinem kanal genutzt werden ihr kennt das ja oder die dies nicht kennen ich spiele ja ein bis drei sterne teams und gehe eher auf die kleinen schnuckligen insider und nicht auf diese superstars hier hier ganz unten links ansumane fati wäre natürlich super süß aber die myclub coins sparen wir uns und haben damit also wenig zu tun was wir heute auf jeden fall wie immer machen ist wir ziehen unsere unsere scouts drei oder vier sterne an der zahl an der an der an der stärke wie viel sind es an der zahl gucken wir mal sofort rein was ich auf jeden fall jetzt schon mal sagen kann ist heute deutlich mehr virtueller fußball als die letzten streams eben weil wir hier sind doch zehn geworden verdammt ich simuliere mir einen ab freunde ich simuliere mir einen ab aber vielleicht haben wir ein bisschen mehr zeit hinten dran um das ein oder andere match mehr zu machen von daher ohne lange rede lasst uns hier schon mal beginnen drei sterne zu ziehen heute im newcastle trikot und das hat eine das hat eine bewandt ist ja im letzten stream die stamm zuschauer werden es mitbekommen haben ist die sieges ist die ungeschlagenen serie der let's play makers 11 gerissen ich habe gegen einen newcastle spieler also er hatte newcastle als als trikotgeber seiner myclub truppe gegen einen 774 rating punkte haben den typen verloren und ja dann haben wir gesagt oder habe ich mir gedacht hey newcastle trikot ist immer ist im schrank dann nehmen wir das auch einfach mal und zollen huldigen zollen respekt so sieht es aus so wie immer habe ich hier den den twitch chat ja auf meinem handy ist schon jemand da dann sagt doch mal guten morgen in jedem fall schön wir auch twitch so schnell reinkommt die leute die jetzt auf youtube sehen sind ja immer locker flockig let's play maker und die mahnt unterwegs so dann fangen wir hier mal an drei sterne scouts der übliche stadt ziehen wir silber um möglicherweise die stammformation ein bisschen zu verbessern bronze hilft uns da nicht so weiter osorio von higgins aus chile das ist ehrlicherweise nicht so dramatisch geil verbessert uns nicht wirklich so wie sieht es hier aus freunde chat ist noch ruhig ist alles gut alle da so ich sehe mich hier ja okay das passt wo ist der chat dazu da ist der chat der portugies boy hat geschrieben mit dir kann man arbeiten sehr gut änderungen an match der heute mitbekommen hoffe das bleibt nicht so wenn doch hat konami gut von ea gelernt muss ich mir noch angucken ehrlicherweise matchday habe ich noch gar nicht so die zeit gefunden und auch vor allen dingen den moment gefunden wenn matchday live ist das ist ja irgendwie nie den ganzen tag live immer nur so ein paar stunden und da bin ich meistens arbeiten ist nervig dementsprechend noch gar nichts mitbekommen von matchday und du kannst das gerne mal hier ausführen was was geändert wurde vielleicht kann ich das zumindest von deinem geschrieben einordnen ob das gut oder schlecht ist ich weiß auch ehrlicherweise nicht was man von ea irgendwie abgucken kann mit fifa habe ich noch mal weniger zu tun als mit matchday soweit also von daher fifa 20 vergleiche sind bei mir immer so ein bisschen schwierig zu platzieren und für mich einzuordnen also schönen guten abend erst mal portugies boy schön dass du wieder da bist schönen guten abend makarocki auch am scouten gerade der kollege dann sag mal gerne was dir da so ins team flattert asiatische champions league alles möglich aber bisher ist das noch nicht so von erfolg gekrönt ali also bei die seien wir ehrlich weiße bälle werden weg simuliert da kenne ich nix da kenne ich nix dennis jawohl fossi jawohl stamm zuschauer freut mich schön dass er reinklickt habe noch nicht viel verpasst wir ballern gerade drei sterne raus drei sterne scouts noch kein kein nennenswerter spieler geholt und es bleibt dabei weiße bälle bronze der bälle der wird für die simulationsmannschaft genutzt keine frage ist ja auch nicht unwichtig für meinen für meine art von 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 road to glory ja dass ich immer fleißig spieler nachlege durch scouts die ich durch simulieren und spielen auch abseits des streams alle rein hole mittlerweile auch über 400.000 gp gesammelt einfach nur durch spielen durch locken boni durch geschenke von konami und irgendwann kommt der erste große legenden push freunde und dann seid ihr auch live dabei und dann ziehen wir vielleicht einen a der makarocki zieht scout kombos dann kann man natürlich auch gezielt spieler suchen mazui rechter verteidiger von ajax hier gekommen für 100 prozent scout combo ja dann ist das auch kein glückwunsch wert kollege dann ist das ja sehr gezielte scouting bei dir sehr gezieltes verpflichten von spielern so habe ich die letzten zwei jahre auch gemacht von daher eine ein guter ansatz wenn man sehr gezielt spieler sucht vor allen dingen wenn man nicht anfängt und sagt ja ich würde mir jetzt gerne mal christiano ronaldo scouten das wird ein bisschen teuer aber so drei sterne teams die klappen und da ist der erste silberball julio tavarez was für ein brecher mit einem sehr guten ausschlag im sechseck bei stärke und das ist genau das was ich immer gesucht habe ein spieler der richtig schön robust ist ein richtig schöner wandspieler julio tavarez der stürmer von cap verde das ist ja mal ein schöner exot letztens haben wir äquatorial guinea gezogen der es leider nicht in die stammformation geschafft hat aber jetzt haben wir aus cap verde den brecher julio tavarez und wir gucken uns auf jeden fall die werte an ihr seht hier also target man genau groß gewachsener wandspieler 75 den kann man schön leveln der ist glaube ich wird jetzt glaube ich noch schwächer eingeordnet als der brenner der burner vorne und dementsprechend würde er meine mannschaft auch nicht verbessern im ersten schritt das ist schon mal gut da müssen wir nicht lange zaubern und viel wichtiger wird es jetzt der ist natürlich 72 73 bei geschwindigkeit ist voll okay finishing heading ist alles voll okay und unten bei physical contact ihr seht hier über meinem kopf so ein bisschen eine 84 ist das glaube ich ist okay das ist brauchbar für silber das ist alles hier normal ja alles okay 187 immer gern gesehen jetzt wird es spannend heading one touch pass fürs klatschen lassen und penalties kann der gerne auch übernehmen also julio tavarez hilft uns tatsächlich weiter das ist doch schön der marka rocke hat sich schon seine mannschaft zurechtgelegt die er sich da zusammen sucht so und jetzt gucken wir was der portugies boy uns hier beim match day schreiben match day hat ja immer außerhalb von my club stattgefunden keine verträge und so weiter jetzt findet match day in my club statt ah ok ja das war aber glaube ich auch angekündigt dass man match day auf jeden fall in my club integrieren möchte ich hatte immer gedacht sie meinen einfach nur dass man match day außerhalb von my club spielt und verdient sich irgendwelche coins oder packs keine ahnung aber wenn es jetzt auch auf die my club teams irgendwie legen ja dann könnt ihr euch ja vorstellen was sie damit fördern wollen so nächster drei sterne scout bringt bronze erste spanische liga rivera von leganes naja bronze hilft uns nicht mehr weiter von daher kein dicker jubel an der stelle jetzt aber noch place kicking einmal nochmal ein torwart und einen vier sterne scout haben wir auch geschafft zu sammeln in der letzten nacht viel zeit hatte ich ja nicht seit dem letzten stream hier zu zocken und zu sammeln von daher waren die zehn scouts eigentlich schon ganz ordentlich wir fliegen wieder nach england das kann ja alles bedeuten auch ein weißen ball von halt city dem zweitligisten thomas hamilton ja ok nicht so dramatisch gut bringt uns nichts jetzt kommt der torwart da haben wir ja im letzten stream hart abgefeiert und simon millionä mignolet gezogen von liverpool früher jetzt bei der anderlecht glaube ich brügge irgendwie sowas der ist auf jeden fall stammtorhüter sofort geworden viel besser werden silberne torhüter nicht und auch dieser bronzene koreaner hilft uns natürlich nicht weiter wird dann bei zeiten weg simuliert soll jetzt kommt der große letzte scout physical contact das riecht dachmann zu kitsch und so weiter wenn natürlich der absolute oberhammer hier nochmal den ersten goldball aus einem vier sterne scout zu ziehen wir fliegen in ein kleines fleckchen und das war schon fast programmiert die schweiz war das valentin sasso bronzene innenverteidiger hilft uns leider nix und das war die große scout zieherei freunde und das alles vor den augen unseres schirmherrs dennis bergkamp hoffentlich auch irgendwann pest legende hier mit arsenal trikot das tut auf jeden fall gut und ja das wäre auf jeden fall tut auf jeden fall gut wäre auf jeden fall ziemlich geil wenn wir dennis bergkamp als legende irgendwann in in pass begrüßen könnten dass wir dann auch so die kategorie alles raushauen für einen meiner absoluten lieblingsspieler aller zeiten so jetzt habe ich hier oben rechts gesehen wir sind schon wieder ein paar leute mehr reingekommen das freut mich schönen guten abend alle die noch nicht kommentiert haben können gerne mal schön guten abend wünschen ja so gehört sich das und abo da lassen wenn es gefällt und so weiter er kennt den werbespruch von mir jetzt kommt die frage opfern wir tatsächlich den burner oder nicht wehen das war falsch wer geht aus der stammformation für unseren neuen target man wir vergleichen einfach mal also wir haben hier ja die ist sicher über koto kann überall spielen das ist halt super dankbar aber da kann auch der auf dem rechten mittelfeld kann auch der basta spielen vielleicht wechseln wir er offensiv ich meine auf den flügeln ja schwierig entscheidung aber jetzt kommt die frage hier der burner ist etwas schneller ist abschluss stärker sogar ist dribbel schwächer und ist körperlich schwach und natürlich hat der level 15 und unser neuer silberner typ ist potenziell auch mit ein paar leveln auch wieder besser so das ist das eine ebanuel denis ist schneller ihr wisst pace ist nicht unwichtig ja dann ist ja die ember kotto irgendwie der taugt nix ja aber der kann halt irgendwie alles spielen im mittelfeld und in offensive dann haben wir hier den henrikes der spielt zur not für wilhena aber da könnte auch der fächer spielen der kann auch alles spielen was da ist rechts mittelfeld dann aber den nikolai beule sind ja im endeffekt müsste ich so machen ja en bakuto wird geopfert versuchen wir einfach mal und wo wir sind nicht schwächer geworden wird er klar war 75er für 75er da wird mit dem ersten level ab von unserem neuen superstar wie heißt er noch mal genau julio tavares dann müssen wir wieder anfangen die mannschaft zu sortieren was diese woche das ist das nächste oder es war werder bremen ist da svw forever schönen guten amt was diese woche auch zum ersten mal im mainclub drin sind sind die wochenformen und die sind ja nicht unwichtig für dann spieltagsform dementsprechend bauen wir die ab sofort auch mit ein und das heißt traurige nachricht für fernando henriques denn eine d form kommt uns nicht in die tüte sondern nach möglichkeit die fraktion hier sonst haben wir ihn hier wer ist das nuno chantosch der hat noch kein spiel für die let's play makers gemacht hat trotzdem affinität 99 das wäre nicht schlimm der kann stürmer spielen linkes mittelfeld wird so weiter kommt erst mal rein das machen wir schon mal wir sind minimal schwächer geworden aber wir gucken mal weiter also wie gesagt das ist so diese nächste regel wir haben hier die ganzen regeln aufgestellt zwei sterne team klar wir haben gesagt fein nach oben muss spielen ach eduardo santos ist auch raus scheiße eduardo santos ist raus dafür startet manuel dennis aber auch wochenformen ist gefährlich ah der fresh ist auch wieder da ist fifa draußen oder was deswegen guckt keiner bei mir zu ist fifa jetzt draußen das ist natürlich schade jetzt sind nur noch die richtigen ehrenmänner hier bei mir im stream und gucken weiterhin pass darauf erst mal ein zitronenwasser also gut wenn fifa wirklich draußen ist dann kann ich mich hier warm anziehen was den zuspruch angeht aber wie gesagt alle die jetzt noch hier sind ganz herzlichen dank ihr seid ehrenmänner so jetzt ist die frage wollen wir das echt hardcore durchziehen dass auch wochenform a immer aufgestellt werden muss das wird glaube ich dann auch schwierig mit mannschaft formen ich glaube das machen wir nicht man kann sich auch komplett ein engen so aber was wir auf jeden fall machen ist wir gucken zumindest ob wir da spiele haben die uns taugen acht den hat man ja auch gezogen kwame den sehr brauchbaren schnellen stürmer der kommt für eduardo sascha irgendwie geht es ja auf minimal verschlechtert b-form ist gut der kann ja der kann das heißt er kann ja noch ohne weiteres vorne stürmen soll die waren zu stark torhüter da habe ich keinen bock zu reagieren dann haben wir die möglichkeit den cesar nee und jetzt werden die leute auch hier deutlich schwächer also ich glaube so kann man spielen ach wenn auch ich passe ich hier überhaupt nicht auf oder was toni will hena der absolute held der letzten streams freistoß tore am fließband a fifa nur im early access okay das gönnen sich dann die wenigsten die zwei tage warten können wir auch noch dann muss der toni will hena leider auch raus und dann ist die frage können wir vielleicht sogar einen von den superstars nee können wir nicht ja jetzt haben wir schon das problem hier von den a und bs hilft es nichts da müssen wir gucken wer kann denn kategorie c noch helfen long lee ist aber noch zu stark dann ist es immer schon hier in der karte samu schukwuse naja nicht wirklich und dann kommt hier rose wellison aber ist ein silberball der kann auch alles steht da kommt er auf die bank der muss ja auch irgendwo gepusht werden dürfen auch nicht vergessen und ihr seht das hier mit meinem kleinen fetisch ich muss hier immer alles sorgfältig anordnen sonst werde ich unruhig aber okay dann ist das die mannschaft für die heutige für den heutigen stream für die aktuelle woche portugies boy hat sich die fifa demo gegönnt ja ganz schwierig also ich werde mir die fifa dem auch nicht also ich hab da irgendwie keinen bock drauf aber solltet ihr hier bock haben mir über die fifa demo zu berichten macht das mal also wenn hier alle im stream schreiben ist das beste fifa aller zeiten und das gameplay ist fast wie pass vielleicht muss ich dann auch mal proben spielen aber ich glaube nicht ich glaube nicht dass mich das reizt interessiert mich einfach nicht so also der julio tavares kriegt die 15 nuno chantos emanuel d dies mit der 14 dann kriegt der kwame die elf die nummer muss auf jeden fall besetzt werden alles andere passt für mich und dann ist das die elf für den heutigen stream vielleicht sogar für die woche wochenform spielt rein klar greift jetzt zum ersten mal auch bei mir ein und dann geht's los ranked matches sind bei mir angesagt hoffentlich finden wir schnell einen spieler ja access mitglieder um noch mal richtig abzukassieren ja fifa gameplay okay kommt hier nicht gut an finde ich gut portugies boy finde ich gut fifa gameplay kommt nicht an und dann suchen wir den ersten gegner also ich hatte es eben gesagt ich sitze hier im newcastle trikot aus respekt für den ersten für den letzten gegner der mich besiegt hatte im letzten stream die stammzuschauer haben es natürlich mitbekommen haben wir die ist die sie ist die ungeschlagenen serie gerissen und dann habe ich mir gedacht hey du hast noch newcastle trikot bei dir im schrank zieht das doch mal an dennis bergkamp hängt hinten und passt auf mich auf und ja gucken wir mal ob wir seitdem nicht nicht wieder verloren das ist schon mal nicht unwichtig aber wir haben natürlich fett weekly points eingebüßt und jetzt jetzt kommt die nächste regelung ihr wisst das ja recht ach du scheiße der nuno shantosch könnte das spiel aber ich nehme lieber die nummer sicher variante den basta erkennt dass der fall nach oben muss spielen kann ich kann mich gar nicht entscheiden und fall nach oben muss spielen und feine nach unten rot darf nicht spielen also pc die mit 40 fieber nur auf der bank wird aller mit aller wahrscheinlichkeit nach nicht eingesetzt hier die ganzen feine nach oben spielen isquardo und santosch auf den außen das ist schon mal sehr dankbar ausdauer hält dann stand da geht es rauf und runter oder nuno shantosch er fast gefühlt hat der null bei körperlicher stärke also der verliert jeden zweikampf muss das über was über die geschwindigkeit über die geschwindigkeit lösen brenner und denis vorne die zaubern nicht zum ersten mal zusammen schade dass eduardo sascha die woche komplett raus ist mit seinem mit seiner d form auf jeden fall also das schöne an der wochenform ist ja zum einen man kann sie nutzen um die mannschaft gut aufzustellen zum anderen wirbelt ist aber auch immer schön die mannschaftsaufstellung durch und man hat auch mal frische gesichter da andere spieler können sich zeigen das doch auch schön so dante ist kapitän hat er überhaupt die hat er captain sie hat er so lange dinger schießt der fächer die kurzen dinger natürlich ronaldinho und der fächer schießen steht neben ihm ecken ronaldinho elfmeter ronaldinho mit nach vorne geht dante nun da sind wir bereit für das erste spiel bin sehr gespannt dritter tag in folge am streamen ich hoffe ihr habt spaß ich hoffe ihr seid voll motiviert dabei und ich freue mich auf abos und freue mich auf kommentare hier live auf twitch oder später auf youtube ihr kennt das doch mittlerweile beim let's play maker hier newcastle freunde hinten drauf ist allen shirer altehrwürdiger superstürmer allen shirer auch der hat noch mit dennis bergkamp um die weg um die wette geballert in der premier league auf geht's ein zwei neue spieler wollen sich hier heute präsentieren natürlich die team chemie dadurch etwas gelitten aber keine ausrede die jetzt playmakers in guter form die letzten wochen oder ja die letzten zwei wochen seit release immer besser immer stabiler geworden erster angriff und das dürfte abseits gewesen sein jawohl fuß deutlich im abseits erster angriff kein problem questa treibt den ball über links fächer wo ist das erste angebot da ist es erster hektischer fehlpass aber auch nottingham forest sucht noch nach konstanz im passspiel soll da ist der fächer der marokkaner der neue strippenzieher tonny wilhena wird er an allen ecken und enden fehlen oder nicht brenner 100 dino erster gute angriff schöner vortrag der beiden brasilianer so ein brenner nimmst du auch nicht so ohne weiteres aus der mannschaft sein wir mal ehrlich ja da muss ich dir ja der neue stürmer auch erst mal zeigen ecke auf dante szene nicht gut genug geklärt thomas spieler oder kann wehtun gut dass er da wenigstens ein bisschen das tempo mit dem pressschlag rausnimmt und dann gegen zwei und ist unangenehm der ist unangenehm szene bleibt heiß lari fari verteidigt es kommt kommt die flanke der flachpass abgefangen jetzt vielleicht mal die möglichkeit schnell zu schalten der brenner aber emmanuel denis hält den fuß rein szene so gut wie vorbei und jetzt nottingham über die rechte seite blinde flanken scheint es nicht zu geben das ist schon mal untypisch englisch spielen das einmal rum haben wir gut gestellt abwehr reihe ist aufgestellt jetzt kriegen war tempo aus dem angriff genommen und können selber schalten isquero isquero er kann doch tempo aufnehmen wenn einer schnell ist auf dem platz dann isquero flanke ist zu nah vorstor doch nicht abwehrspieler ist da und schon kann leo baptistao tempo machen auf der rechten seite wird gut zugelaufen dante muss raus rücken älter die haxe schön rein passiert nichts alles gut 20 minuten beide mannschaften neutralisieren sich recht gut zwischen den 16 an einzige szene bisher ansatzweise gefährlich ronaldinius fernschuss größer jetzt mit leichtsinnigem ball verlost jetzt wird gefährlich schuss geblockt also so 100 prozent zugriff haben wir noch nicht auf die partie guter kopfballen das hielt ein bisschen der druck immer nur den ist richter den ist sich nicht behauptet konnte er schon wieder vorbei steif was er darf nie und nimmer ankommen nein nein ich glaube er hat elf meter gefiffen oder den pfiff habe ich richtig gedeutet oder richtig gehört vielmehr unnötig den pfiff habe ich richtig gehört aber es war offensiv faul gefährlich 1 0 kamil grusicki der polnische nationalspieler 1 0 hatte sich ein bisschen abgezeichnet nottingham wirbelt gut kommt in offensiv szenen rein und da haben wir ihn nicht mehr zu stellen geschafft den polen ronaldinio gutes angebot und zieht den fb zeit da schnell zu antworten ronaldinio ja muss man nicht geben seien wir ehrlich und den schmusen wir rechts oben rein nein tun wir nicht wie immer der wäre genau in den winkel geflogen aber beim test werden elf meter wenn man die richtige ecke drückt locker pariert sehr ärgerlich ecke auf die square und natürlich umsehen trotzdem gewinnt der kleine außenbahnspieler den kopfball konter läuft der ist weg bis zu hektisch cuesta ja ist natürlich ärgerlich den elfmeter da nicht zu machen obwohl er eigentlich genau in den winkel geflogen wäre kleinlicher schiedsrichter wieder die socco steht ronaldinio da gut auf den füßen kriegen wir da kommen wir in abschluss nähe so nicht ein bisschen das tempo aus dem konter gekriegt jawohl bisschen klein klein aber kriegen uns befreit brenner ronaldinio oben läuft nuno santos glaube ich an die namen muss ich mich auch noch gewöhnen nuno santos läuft da gut ein aber bisher noch ohne nennenswerte szene der neue rechts außen ronaldinio das sieht schon besser aus flanke auf dem zweiten pfosten unnötig aber die abwehraktion auch unnötig was ein hammer emmanuel dennis trifft jetzt glaube ich zum vierten mal in folge in einem stream spiel was ein fund macht den fehlschuss vom elfmeter vergessen ausgleich war wichtig ja das gibt direkt ein ganz anderes gefühl in der in der kabine gleich 1 1 43 minute vielleicht haben wir noch einen angriff vor uns thomas pina ja locker klatschen lassen auch keine zuordnung ronaldinio ganz gefährliches ding kein zugriff davon der dreierkette oder von der innenverteidigung langsam gehst du mir auf den sack immer dieses pause machen vor allem ist gleich halbzeit watnidiot servus dennis ja fürs lob kommst du rein finde ich gut finde ich gut emmanuel dennis pfeffert das ding in die lange ecke nix zu halten langer schlag ronaldinio holt den kopf bei jawohl da geht doch nein zu lange gebraucht den pass zu spielen emmanuel dennis gut gestartet gutes angebot vom nigerianer ausgeglichene partie ausdauer alles okay die mannschaft ist fit die mannschaft ist willig für die zweite halbzeit alles möglich hier in nottingham den ball so leicht weg geben sollten wir aber nicht isquardo verliert den zweikampf leo baptista treibt den ball einmal sieht schon ganz ordentlich aus was nottingham das spielt jetzt aber vielleicht mal die möglichkeit schnell zu schalten der brenner weicht auf den flügel aus schönes zusammenspiel mit ronaldinio das klappt die beiden kennen sich die beiden schätzen sich der brenner ja verzockt darin zockt den verteidiger aus flach hübs nicht verkehrt emmanuel dennis da schon wieder dran gewesen jetzt vielleicht mal pressing aufbauen leichten fehler provoziere jawohl gut gemacht ronaldinio geht steil ja das war ein bisschen zu gierig ein bisschen zu stumpf ein bisschen zu gierig da war keine wirkliche gasse thomas pina wieder gut gearbeitet wichtiger ball da kriegen nicht ronaldinio muss arbeiten 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 ja first touch nix gibt's ball genommen und umschalten jetzt nuno shantos der ist doch schnell wenn er eins ist dann schnell er ist nicht robust er ist schnell klasse fecher ganz wichtiger ball gewinn jetzt werden die let's play makers auch ein bisschen präsenter mittelfeld der war unnötig wie oft muss ich eigentlich sagen dass ich unnötige bälle spiele das muss ich doch langsam mal begreifen guter laufweg von ronaldinio ein schlechter bass von dennis kriegt dann aber die zweite chance dennis ronaldinio immer wieder gefährlich wenn der brasilianer als zehner da in die spitze stößt so dante will den kopfball direkt auf den elfmeter punkt bekommen dante den holst du junge ja gut dabei von das zehner teil ist nuno santos einfach mal blind nach vorne geprügelt konter nein abgefangen shido sie ist da nuno santos ja double touch wenn ich einen skill stick move drauf habe dann den das war es dann aber auch damals spieler gute bewegung von dennis sucht brenner ein fuß der brenner erzwingt die fifa wertet als eigentor aber das ding war eindeutig erzwungen von dem burner von brenner da vorne und ich habe allen ernstes eben kurz gegen gerechnet ob man den raus nimmt für den neuen für tavarisch spiel gedreht jawohl wieder faul jetzt langsam kriegen was in griff da costa fault dennis nein doch kommen was das denn was für eine entscheidung war das denn lieber schied sich da käse wieder käse entschieden schön eng gemacht die räume fehlpass programmiert der brenner mit dennis mit ronaldinho neben oben noch mal mit den isquero jawohl guter angriff gute chance naja das nach innen sie war die völlig falsche situation an dem moment egal weiter geht's ganz präsent im mittelfeld plötzlich super zweite halbzeit nuno santos ronaldinho kein zugriff doch zugriff immer die ganz dreckigen szenen wo man den verteidiger so halb den ball noch cloud und der gar nicht groß reagieren kann heute wird den torwart holen das bestrafen wir das bestrafen wir ihn leider nicht ja fuß reingehalten sehr gut trotzdem kriegen wir kein ballbesitz ist das bescheuert zu weit vorgelegt die murmel da ist der brenner sofort wieder da jetzt muss man das spiel doch langsamer entscheiden gut gut wie viel scheiben glück hat er denn um im eis hockey zu bleiben wie viel scheiben glück hat er denn immer kriegt er die abpralla der brenner ist da der brenner ist ja jawohl ist es gerade mit fall nach oben ist werden fager mit eine gute einstandspartie als neuer will hena ronaldinho ganz viel platz ronaldinho liegt rüber wir kriegen die konta nicht zu ende gefahren freunde wieder hat der schiedsrichter irgendwas gesehen was nicht da war vollkommen egal also diese kleinlichen fouls schiedsrichter lass es doch jetzt muss ich ronaldinho leider opfern hat keine ausdauer mehr ansonsten geht es weiter hier können wir eigentlich alles so lassen ronaldinho viel gearbeitet muss man auch sehen und dann macht der fächer das jetzt und neben ihm steht dann der nun vielleicht der genau falsche zeitpunkt jetzt ronaldinho rauszunehmen und fächer das ding schießen zu lassen oder nicht nein oder nicht nuno santos mit debüttor nuno schadet geblockt gar nicht so verkehrt zicken höher und das ding segelt rein santos sucht fächer sucht den doppelpass soll er kriegen ne abgeblockt eigene mann in die fresse geschossen ganz gefährlich aber wieder hektischer aufbau ball wieder weg jetzt mal ruhe reinbringen fußball spielen jawohl question fächer question ja er glaubt ich will auf zeit spielen will ich gar nicht will und ticken den druck rausnehmen holz haben wir scheiben glück sieht aber auf jeden fall nicht so sauber aus was wieder rum mogeln und jetzt muss man nach hinten arbeiten jetzt müssen wir aber laufen sauberer pass sauberer pass ausgleich da hast du auf einmal so was von kein zugriff und newcastle trocken und ansatzlos zum ausgleich 85 spiel ist aber noch nicht vorbei jetzt mal scheiben glück bei mir leider nicht roman so viele kontermöglichkeiten gehabt das wieder platz gut dass er sich anschießen lässt dante mignolet alles ein bisschen träge heute noch nicht ganz aus dem quark gekommen die let's play maker so spiel auf abseits das können wir vielleicht bestrafen nein können wir nicht da trifft er die falsche entscheidung da wird er sich ärgern aber wer drin ich krieg's nicht gelöst die dose jetzt aber noch mal hartes foul und das heißt auch letzte szene haben die let's playmakers gelb ist da an der stelle egal und vielleicht machen wir das einfach noch mal wir nutzen unsere auswechslungen brenner raus julio tavares als zielspieler an der stelle terma spieler noch mal raus für velison einfach nur für chemie ehrlicherweise das wird die letzte szene sein um dann noch mal lang und weit dante zu suchen abzulegen geht da vielleicht noch was letzte szene tavares verliert schon den kopfball was das verschenkt der sieg na okay das haben wir ehrlich ausgeglichene partie ausgeglichene partie und ja bei den toren beim 2 2 jetzt vor allem am ende konnten wir nichts machen gute zweite halbzeit auf jeden fall da noch mal gang gang rauf geschaltet von den let's playmakers 11 hier in nottingham da gewinnt nicht jeder den punkt muss man auch erstmal holen und jetzt haben wir zwei level ups wo ich fast glaube die zwingen uns wieder zum umbauen der mannschaft es gibt einen zwei sterne scout den ziehen wir nicht nur noch santos hä wieso hat der hat er nur einen vertrag gehabt ach so den habe ich wahrscheinlich beim simulieren genutzt und jetzt ist auf einmal in der stammformation ach nee wir haben ja hier deutlich verschlechtert die ganzen level ups die tun uns heute im stream ja gar nichts freunde die tun uns ja gar nichts jawohl so ist ein bisschen ruhig im chat wie sieht es aus sind noch leute da sagt mal hallo kommentare mal gern gesehen abos sowieso ihr kennt das hier an meinem kanal erstes spiel 2 2 steigerung muss her aber irgendwie hört sich das immer gut an wenn man so sagt von wegen seit zwölf spiel ungeschlagen also ist unentschieden von der seite her betrachtet gar nicht so negativ seien wir mal nicht so negativ drei balken gegen sven vielleicht ein dortmunder hat sich ja der axel witzel genommen ist ein dead molder und nimmt borussia dortmund mit dem trikot von borussia von 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 vom ac meiland ok hat wohl noch keine patches drauf gezogen der gute wir spielen weiß gegen bordeaux rot die pfeile meinen ist interessant für uns marco de scheira muss rein marcos heißt der marco marco de scheira nikolai beule sind muss rein nuno shantos hat wieder gut trainiert und spielt wieder auf rechts mittelfeld ronaldinho fallen nach oben das sollte doch auf jeden fall jetzt einen boost geben lucas barrios der ex dortmund nach vorne mit matthew lecky von hertha also gefährlicher sturm janni karasko igor kono wahl auf nie gehört derrick johnson gibt es den auf jeden fall nicht fabian von gladbach fabian johnson fager ist ein sehr unangenehmer defensiver mittelfeldspieler früchtl im tor den kenne ich gar nicht ist ach doch vom fc bayern der vierte torwart vom fc bayern da haben wir da schon die schwachstelle ausgemacht jawohl julio tavares vorne drin kommt jetzt zu seinem startelfdebüt eben das alibi mäßige einwechseln seien wir ehrlich ja der gute sven bin ich mal gespannt wie gut der sven wirklich ist aber was mir leider im stream immer wieder passiert das merke ich dann wenn ich nachher meine streams noch mal angucke ein bisschen revue passieren lasse sobald ich hier streame und kommentieren hans ist das irgendwie man verliert so ein bisschen die contenance die ruhe und spielt vielleicht den einen ball zu hektisch den man gerade bei fest 2020 jetzt vielleicht überlegen sollte man nicht zu spielen für leichte ballverluste keine ausrede aber eben vor allen dingen beim rauf und runter hätte man vielleicht die ein oder andere situation besser lösen können um daneben keinen konter zuzulassen erster angriff vom ac dortmund abgefangen und jetzt kontrolle sauberer aufbauen nun schandlos hat platz da auf der rechten seite kann weg laufen und dann muss er abbrechen läuft auf den außenverteidiger zu jetzt zieht er in die mitte da ist doch platz schlampiger ball schlechter schlampiger ball und der hohe steipers sollte mir eigentlich zugutekommen te scheira mein zweites slapstick eigentor in fest 2020 vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch dass tony velhena auch mal ein tolles eigentor gemacht hat geil der passt genau und wieder rückstand für die let's play makers 0 1 keine zehn minuten rum hier im schnee treiben von dettmold beule sind risiko pasta auf fager der gewinnt den zweikampf nicht ball wieder weg muss der gute marokkaner bringen wir dann nach hinten eilen kono wahlhof kocht den marokkaner ab wieder gute möglichkeit abseits was für ein slapstick eigentor beule sind bitte den ball nicht billig verlieren wir suchen die lücke ronaldinho ronaldinho läuft das schön zu ende ja den musste ich noch mal überlegen weil da komme ich sonst nie und nimmer in den abschluss schlampiger ball kriegen wir da kapital daraus geschlagen jawohl ronaldinho tavares gute bewegung julio tavares erste nennenswerte offensivaktion von unserem neuen wandspieler da muss ich doch eigentlich für bestrafen dass er so unübersichtlich spielt ja super immer zu hektisch auf die starttaste knüppeln okay fängt jetzt schon an zu nerven der kollege steifers auf einer da lässt sich quester über tölpe ganz teilnahmslos verteidigt 2 0 für dortmund oder mailans oder dettmol mir auch egal was für ein behinderter pass wieder läuft hier mal so gar nicht ja komm mignolet halt doch mal ein ball fest in mailan spielt das hier butterweich nächste flanke segelt da in den 16er beule sind jetzt vielleicht mal ja da ist tavares natürlich der falsche anspiel partner der großgewachsene keilstürmer den da auf die reise schicken jetzt haben wir mal die möglichkeit einmal durchzuspielen das ist doch die lücke schön gesehen nuno schatos schön aber rübergelegt da musst du doch da musst du das tor machen ja gut aber wir kriegen wieder den abprallern nicht wieder bleibt der ball trotz guter antizipierung beim mailänder gut gepresst wieder fehlten schritt ja geht mir jetzt schon am sack der kollege legt darauf an dass ich mich ärgere und dann hat er natürlich wenn wir zu offensiv verteidigen irgendwann die möglichkeit kommt scheiß hoher steilpass ganz schlecht gespielt direkt schalten miniolet zack fejja kommt man mal tempo da kollege wo sind die lücken ronaldinho ja er läuft auf zwei auf guckt mal wieder grütziger pass und trotzdem kommt der an wieder kriegen was nicht verteidigt glück gehabt da war die lücke offen weil ungeduldig fejja tamas spina cuesta sucht tavares der lässt klatschen auf ronaldinho so weit so wenig einfallsreich jetzt mal immer nur denis irgendwie müssen wir doch da mal in abschluss kommen ronaldinho der ist natürlich ein kopfball monster rein rein kommen noch den schritt entgegen sei doch gierig dante kommen er wieder den zweikampf nicht gewonnen ich bin hier nur am fluchen ich merke das selber aber irgendwie kommen wir hier bei schnee nicht aus dem quark jetzt vielleicht mal neuer anlauf erste halbzeit neigt sich dem ende zu fejja beulessen noch kein faktor nein das habe ich nicht gesehen ja zu blöd selber schuld lässt er laufen ich hätte gedacht in die hacke getreten hat da wohl nicht tavares spiel doch mal mit kollege läuft einfach kein angebot mein gott julio kein offensiv los ja geh auf den sack ja ich kann die pässe voraus sehen ich komme nur nicht in den zweikampf halbzeit servus marco hast ein schönes eigentor verpasst ja jetzt muss was passieren irgendwo muss es klick machen irgendwo muss man eine chance generiert werden irgendwas muss die mannschaft jetzt wach rütteln hier da ist der tavares ist das schon der freistoß der uns wach rüttelt ja das ist eine gute position nee das wollte ich so nicht aber egal machen wir trotzdem fejja nein wieder fehlt ein kleiner zentimeter um da über die mauer zu fliegen und dann vielleicht sogar ins glück nuno santos emmanuel denis versucht mit der brechstange guck mal hier wie guckt ihr diese pässe an alles blind einfach button gemescht und trotzdem komme ich nicht dran ich stehe schon im weg trotzdem kommen diese grützbälle an trotzdem scheibenglück gute möglichkeit vermehrt den drops zu lutschen vorbei ist das eine ärgerliche partie freunde der antizipiert auch total vogelwild ohne sinn und zweck wieder billiger ball diesmal glück tavarez passt auf ronaldinho der kriegt auch kein tempo in die angriffe jetzt mal beule sind zweiter vorsten dennis dennis ronaldinho noch mal dennis wenigstens stemmt sich die mannschaft jetzt gegen die niederlage auch tavarez das genau seine szene genau die tavarez szene kopfball-duell robust und alles ronaldinho ronaldinho und der segelt auch vorbei was sollen wir noch machen ronaldinho ronaldinho wird gesucht emmanuel denis wird auch gesucht wird zugelaufen der pass kommt heute auch den fuß rein damit spannend tavarez alles larifari und kein zugriff unten ist platz hoher steilpas der kommt sogar noch an fischer eigentlich bis tore verhindern zuständig wirf doch ab ja dauert alles zu lange ja da brauche ich nur in den passweg stellen und ich komme nicht durch ja weil wir auch und es ist zu unsauber es ist einfach zu unsauber was ich hier spiele ronaldinho ja schön hat er gemerkt dass es brenzlig wird ja heute habe ich die scheiße wahrlich am fuß aber wir geben nicht auf alles noch drin ganz ehrlich der typ ist nicht gut das ist auf jeden fall machbar glück gehabt da sollte er nicht hin ronaldinho der ist doch mal wieder keine abschluss gut war ein abschluss aber kümmerlich hallo gibt mir doch den tavarez ja jetzt spielt er da alle möglichkeiten runter die er hat ja du bist der geilste ja jetzt da fehlt ein schritt um zu bestrafen und irgendwann kommt dann der weg nach vorne weil da ist ja dann der meiste platz ist das dröge was ein passspiel da ist es langweilig und kommt auch noch alles an ronaldinho mit ein bisschen glück dennis er kommt irgendein doppelt was muss jetzt ankommen tut er nicht ball ist wieder weg der ist gefährlich oder kann gefährlich werden ronald schwacher ball schwacher ball in der szene und den ist jetzt bestrafen jetzt bestrafen guck mal blödes gegrütze anschluss treffer so jetzt gucken wir mal was wir in der letzten viertelstunde noch aufs feld werfen können fächer ist müde ja da ist nicht da ist noch ein defensivspezialist hilft mir nix ruhe tavarez hat enttäuscht brenner kommt nuno schandtorsch einfach kein faktor piccini kommt und ein wechsel aber noch wer kann hier noch mal tempo bringen beule sind raus ist ein chemie geht nach oben kommen hier dauerfeuer ja ich bin überhaupt nicht nervig kommt auf geht's das spiel verlieren wir nicht das spiel verlieren wir nicht keine zeit zu trinken freunde kommt morgen wir das ding noch also das wäre eine niederlage die täte w gegen eine riesenwurst ja wie kann denn so ein ball ankommen ganz ehrlich wie kann so was ankommen was ein lächerliches tor ja das ist ein aufregerspiel denis kommt geht das ding dante geht mit nach vorne wird geblockt haben wir gut antizipiert haben wir gut antizipiert emmanuel denis dauert zu lange doch nicht piccini 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 muss rein der muss rein ach komm lächerlich klares tor klares tor an der stelle ehrlich also freier am fünfer bist du im leben nicht mehr guck mal der grätscht und antizipiert da irgendwie sachen die nicht da sind nächstes faul ja komm der karte vollkommen egal zwei tore fehlen das wird sportlich so da muss er durch da muss er genau zwischen die köpfe weg damit sorry leute keine tore angucken jetzt werde ich hektisch alles nach vorne letzten fünf minuten kommt dann muss doch einer mann sein pressen was das zeug hält ja ganz einfach ausgespielt also wenn der kollege chancen hat dann sind die zu einfach und sind groß komm langer hafer jetzt alles oder nix hau raus die murmel langes ding der brenner ja der holt das ding dante macht es noch mal scharf irgendeinen billigen doppelpass noch durchstecken dann wird es zu eng oh den hat er verschenkt den hat er verschenkt gute szene von piccini wollte ich schon mal vorweg nehmen aber es ist eine schlechte szene von piccini ball ist weg gibt vier oben drauf komm nicht in zweikampf ist der gammelig langer hafer jetzt komm hau raus lang und weit wichtiges kopfballduell unten ist platz ja piccini baby piccini baby der rutscht aus kopfball glatzt hart isquedo legt das ding mal rüber hacke und dann war es das ja waren zu einfache Tore zu einfache billige Tore und dann verliert man ein spiel gegen jetzt bin ich mal auf die ich habe habe ich auf die rating punkte achtet ich glaube nicht also ganz ehrlich vom skill her ganz grütziger typ besser als ach du scheiße ey wie kann man so ein spiel verlieren ja ok ich weiß es schnee und keine chemie und ich äh da fange ich schon wieder an so richtung äh ungeschlagenen serie zu denken und dann passiert sowas das sind also so spiele die darfst du nicht verlieren ich habe einmal tactical training um äh äh der chemie da entgegen zu wirken 96 immerhin ein spiel machen wir noch und dann gibt es die frische äh spritze äh das ist äh das sind ärgerliche niederlagen ganz ehrlich also der hat ja jetzt nun gar nichts auf den platz gebracht wo du sagst boah ok geiler skiller und was auch immer stumpf antizipiert ist das ärgerlich solche niederlagen die nerven die nerven auf jeden fall kein erfolgreicher stream bislang freunde servus fußball baby habe ich gerade gegen dich verloren da ist noch was drin ja die letzte szene war ja nochmal lustig da am fünfer nochmal spaß zu haben ach egal jetzt haben wir dank der gegnersuche mal so eine sekunde um wieder runter zu kommen und dann gucken wir mal ob wir das hier noch gedreht bekommen also ich bin also ganz vom gefühl her liegt das eindeutig an der teamchemie ja ich habe die letzten streams mit 98 99 teamchemie gespielt das fühlte sich sehr geschmeidig an alles gut ich war im reinen ich habe nicht verloren und jetzt habe ich auf einmal eine 94 chemie und irgendwo es ist wackelig der kollege hatte wahrscheinlich mehr und dann wird sofort gesagt deine spieler laufen scheiße oder lassen alles abprallen und aus lauter frust hier dennis bergkamp oh guck mal hier sogar noch mit mit etikett dran habe ich von meinem kumpel geschenkt bekommen und das trikot hier ist einfach zu schön einfach der geilste es ist sogar das dreamcast trikot erinnert sich noch jemand daran als sega arsenal gesponsert hat ah wundervoll schönes trikot schöner geht es nicht hängen wir einfach nochmal hier die 10 auf die schönste nummer im fußball es ärgert mich habe ich das schon gesagt ich spiele auf ps4 jawohl der portugies boy hat ahnung der weiß bescheid jetzt bitte jetzt schnell gegner finden muss man schnell wieder auf dem platz und es besser machen ja nutzen wir das matchmaking wie immer als werbeblock wie läuft es bei euch im myclub ah nee der werbeblock ist lasst ein abo da wenn es gefällt so das ist der werbeblock und sonst generell die frage ähm so wie läuft es bei euch äh spielt ihr fleißig myclub servus kracher schön dass du wieder dabei bist dreamcast coole konsole unterschreibe ich hatte ich nie aber der trikot schenkende kumpel hat sie gehabt und da haben wir schön powerstone drauf gespielt virtual striker und sonstige dinger also auch mir ist die dreamcast in sehr positiver erinnerung wie lange ist das her 15 jahre 25 keine ahnung dreamcast war auf jeden fall sehr sehr cool ja also wie läuft es bei euch bei myclub habt ihr bei den neuen featured players irgendwie zugeschlagen habt ihr die coins rausgeballert habt ihr wen auch immer gezogen mbappé harit und so weiter und so fort ich glaube irgendjemand hatte sich in meinem forum umfeld harit gewünscht oder auf twitter ich weiß es nicht aber harit dabei als in inform spieler feature player der schalker wirbelwind ich habe auf ok gedrückt so und dann kommt nach diesem grützigen duell auf augenhöhe gegen sven irgendwas kommt ein neuling aus polen erstes spiel verloren da stehen wir in der pflicht zu gewinnen und ihr seht ihr selber hier sind sehr viele pfeile so fast nach unten das ist schon mal enttäuschend aber ich glaube ich lasse die mannschaft mal so wie sie ist rosen hätte für peter spielen können um den bisschen mal luft schnappen zu lassen aber er hat fieber schade ok dann gucken wir noch mal auf die trikots rot gegen das mit zu wenig unterschied jawohl das ist eindeutig so können wir spielen ah ja er hat noch er hat messi die maria lewandowski vorne einer davon ist ein leihspieler tipp ich mal ich glaube lewandowski ist der leihspieler die maria messi vielleicht aus einem geschenkten agenten da hier ähm ähm veteranen bonus alles möglich also da ist schon mal rein von der spielerstärke für party vorne gesorgt malet zweimal und mertens ja ok da bist du bei den bei den äh featured players nicht so gut weggekommen glaube ich aber naja besser als keine verbesserung diese niederlage gegen den äh gegen borussia dortmund verkleidet an ac meiland die verfolgt mich jetzt glaube ich den rest des streams das war unnötig das war unnötig ah ok wir gucken bei juve auch noch mal während er sich hier sehr viel zeit lässt beim aufstellen auch noch mal auf die aufstellung oben da hat man nämlich drei my club startspieler die werden dann so um die 60 sein das heißt wenn wir offensiv agieren werden wir seine schwachstelle aufdecken und hinten müssen dann halt cuesta dante und avasim schidosi die tormaschinerie da vorne mit messi und lewandowski und angel die maria der gestern auch geglänzt hat in der champions league die müssen wir eindämmen hier im juventus stadion leichter nebel ist gar nicht das juventus stadion er spielt hier bei inestadio bayra dingenswurms erster passt der abgefangen gehörte wieder kein zugriff erster vorstoß von messi geblockt dort die große hoffnung natürlich heute von allen kein eigentor thomas spieler der unverzichtbare für die balance ronaldinho vielleicht jetzt mal im zusammenspiel mit chantos schneck ja erster gezielter angriff über die linke seite von juve abgefangen also stabil müssen wir stehen das ist schon mal die hauptsache dass wir hier im defensiv verbund kompakter werden war eben zu einfach da mit billigen teils blinden steilpässen zu groß chancen zu kommen und nach vorne geht mit Ronaldinho immer was oder auch mit Julio Tavares da ist der neue mann jawoll Julio Tavares linkes Huf gar nicht mal so dynamisch da den ball durch die beine gelassen und angetreten aber den verteidiger dupiert und sich dann auch nicht mehr nicht mehr schütteln lassen im zweikampf frühe führung das haben wir gebraucht nach zwei rückständen in folge da sofort mal zeichen zu setzen das gibt doch jetzt auch sicherheit abseitsfalle war gefährlich wird bestraft umgehend der ausgleich robert lewandowski warum ich da die abseitsfalle nach vorne schiebe in der szene logisch bei gegentor unnötig Tavares wichtiger zweikampf holt er jawoll nimmt santosch mit der kann mal treiben der kann mal treiben Ronaldinho im zentrum natürlich nicht der Zielspieler den man sich da wünscht aber sieben der war wieder kein scheibenglück Lewandowski der fehlt jetzt in der mitte aber der pole kann ja auch mit dem ball umgehen man zu einfach wird die ecke da weggegeben messi tritt die ecke Tavares hilft hinten aus das ist schon mal gut szene bleibt leider heiß nächste flanke aber sie wieder nur halbherzig geklärt 18 meter schöner spannstoß vielleicht mal wieder ein bisschen zurück zu ordentlichem aufbau es werde nimmt fager mit noch wenig impact aufs spiel der let's play makers der marokkaner Ronaldinho und da ist dennis da ist wieder Ronaldinho oh Sahneball Sahneball von Ronaldinho genau unten links in die ecke gar nicht mal mit so viel druck dahinter aber mit Umsicht wunderschöner treffer von Ronaldinho Gaucho bringt die let's play makers hier wieder in Front oh Isguerdo fager, komm spiel doch mal mit Junge ein bisschen mehr den Ball auch fordern schön einmal durchgespielt na Santosh kommt noch eine Idee nein, kommt keine Idee mehr so, wo ist Tavares? wo ist Tavares? ich brauche Tavares, da ist Julio Tavares der will den Ball, der will den Kopfball Tavares, komm gewinn das Ding! Tavares! der ist drin, der ist tatsächlich drin Julio Tavares ja, lass den doch laufen, damit man mal rausfindet was da überhaupt passiert ist Julio Tavares hält die Glatze rein also ein glattes 1a Kopfballtor war das nicht aber irgendwie fällt er dann unter die Latte wird nicht mehr kriegt den Ball dann nicht mehr geklärt kontrolliert, was auch immer hahaha, was ne Bude jetzt ist Tavares, glaube ich, bei den Let's Play makers angekommen Dennis, laufs Angebot Emanuel Dennis, auch schwach verteidigt nimmt Ronaldinho mit der gibt nochmal rüber, nein, da wollte ich zu viel jetzt muss Tavares flanken, das ist nicht seine Stärke schon gar nicht mit dem linken Fuß, wie ihr gesehen habt Befreiungsball auf Messi, kommt nicht an oben, oben ist doch die Lücke nein, oder doch, Tavares oooooh, jetzt kriegen wir richtig viel Slapstick geboten, Freunde das muss das 4-1 sein Kaum hat man zweimal Team Chemie verbessert läuft's auch wieder oh, Dennis, Dennis ja, Scheibenglück diesmal Ronaldinho Glatzer von Geisler von Kevin Geisler den Starttorwart was ein Teufelskerl verhindert hier ein ums andere Mal das 4-1 ja diesmal kein Scheibenglück und schon wird's gefährlich Lewandowski Glatzer Mignolet kratzt das Ding da aus dem Winkel Simon Mignolet und so, wir nähern uns dem Pausenpfiff kann Isquero nochmal Tempo aufnehmen den Fächer mit Ronaldinho läuft kein Angebot dann eben rüber auf Santosh dann eben rüber auf Santosh Emmanuel Dennis, auch in Fuß, Junge einfach in Fuß Gibt's jetzt tatsächlich nochmal den Anschlusstreffer wird nochmal gefährlich und weg die Murmel, komm raus Halbzeit ja, warmer Applaus von den Rängen hier in Turin Hitzige Partie rauf und runter 5 zu 3 Schüsse da geht's gut ab jetzt läuft's absolut richtig jetzt läuft's vielleicht hätte ich den Julio Tavares auch erstmal zum Simulieren zum Teamchemie aufbauen in die zweite Mannschaft stecken sollen dann hätte es die ersten zwei durchwachsende Partien vielleicht gar nicht gegeben aber ist auch vollkommen egal jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung mit dem Wandspieler vorne, schöner Kontakt von Messi bleibt dann mit dem Pass aber hängen ja und ich sag die ganze Zeit Santosh, das ist der Pichini der mal nicht krank ist Pichini spielt wieder auf rechts im Mittelfeld mein Gott, warum sagt mir denn keiner, dass ich hier die ganze Zeit Unsinn erzähle Emanuel Dennis, schöner Haken Flanke kommt, Ronaldinho geht entgegen gewinnt den Zweikampf nicht dafür Dante gegen Lewandowski ja, abgekocht Ex-Bayern gegen Bayern bisher sieht's gut aus für Dante und die Let's Playmakers Tavares, jawohl, schön verteilen so muss das sein als Wandspieler schön aufbocken und dann verteilen Tavares Ronaldinho Tavares läuft schön das Angebot oh, das ist schnuckelig und dann ist die Flanke schlecht damit hat Emanuel Dennis nicht gerechnet jetzt vielleicht mal aus dem Rückraum Pichini schwacher Abschluss, keine Gefahr oh, unten ist ganz viel Platz oh, faul ne, lässt er laufen Juve bleibt bissig gute Flanke gerade so noch geklärt von Questa eine virtuelle Stunde ist rum eine virtuelle Stunde ist rum gut zugestellt dauert zu lange gerade noch mal gelöst bekommen kriegen wir vielleicht noch mal Tempo auf den Konter Ronaldinho Pichini läufts Angebot Ronaldinho Pichini oh, Zuckerding Pichini Deckel drauf Cristiano Pichini 4-1 und das ist der erste Sieg für die Let's Playmakers im heutigen Stream das ist doch mal versöhnlich jetzt können wir auch mal den Kuame bringen der kann sogar als hängende Spitze spielen wie er es gerne hat wer braucht sonst noch Ausdauer und wen können wir schonen Dante wird geschont für Masao Teixeira und Nuno Shantosch jetzt kommt da wirklich Servus Brainwash86 schön, dass du reinklickst, rein kommentierst ich behaupte einfach mal du bist zum ersten Mal in meinem Stream dein Name sagt mir jetzt so noch nix in jedem Fall schön, dass du hergefunden hast 4-1 nach gut 65 Minuten da sollte die Schose noch entschieden sein Kuame erste Szene als Let's Playmaker für die Neuverpflichtung für Kuame legt das Ding rüber, jawoll Isguerdo will es zu schön machen zu arrogant machen da muss er dem Kuame eigentlich seinen Debüt-Assist geben warum werde ich da auf einmal arrogant jedes Tor ist doch schön verschenkte Großchance ja jetzt können auch mal die unmöglichen Bälle gespielt werden Faesha, kriegt er den? ja, kriegt er Kuame nächste Möglichkeit für ihn tief zu gehen ist das abseits? scheinbar nicht Kuame hat das Glück Kuame hat das Glück und statt eines Debüt-Assists wird es ein Debüt-Tor für den Wiesel flinken Stürmer ja, jetzt hat sich Thurid aufgegeben und verschenkt da Bälle ja, Double-Touch hat super nichts gebracht gerade aber irgendwie, wenn man ein bisschen entspannter ist vom Ergebnis her, dann will man auch unbedingt mit dem Skillstick arbeiten ja, super Messi oben frei, Messi mit dem starken Linken und umläuft den starken Linken, um den Ball damit er fehlt vom Tor wegzuschießen ja, das ergibt Sinn Lionel Messi, heute auch nicht so ganz in Form aber das ist ein zweites Spiel, wenn ihr euch erinnert zweites Spiel in MyClub also wird er auch von der Teamchemie deutlich unter mir liegen und da merkt man dann sofort den Unterschied da passen dann die Laufwege, da passt die Abstimmung bei den Let's Playmakers deutlich besser als noch bei den zwei Spielen zuvor oh, Ronaldinho will durchstecken auf Lewandowski schöne Szene für Juve zwar ein bisschen lax die Einstellung hier nach dem 4-1 aber für eine Torchance ist das Star Ensemble das Offensive auf jeden Fall immer gut nächster Abschluss geblockt langer Abschlag Tavares Angebot von Nuno Santos kommt schlechter Ball damit kann er nichts anfangen oh ne, kriegen den Fuß nicht dahinter jetzt den Pass ein bisschen abgefälscht, aber die Szene geht weiter, Messi jetzt ist die Haxe dazwischen, alles gut Thema ist fast erledigt, Freunde dann gibt's hoffentlich ein spannenderes Spiel im nächsten Duell ja, wo ist der Laufweg? Santosh ja, da klappt der Skillstick mal Santosh, komm, durchsetzen mal verliert den Zweikampf aber Ronaldinho ist da Ronaldinho aus der zweiten Reihe 20 Meter und es kommen nochmal Juve Juve Anfeuerungsrufe, aber klar das ist Pfeifen im Walde das Spiel ist erledigt das Spiel ist längst entschieden letzter Angriff vielleicht nochmal über Messi wenn Mignolet den Ball hat war's das aber 5-1 da rehabilitieren sich die Let's Playmakers Eleven ein Stück weit für die letzte Partie vielleicht auch für die ersten beiden Partien war ja beides nicht so geil, seien wir ehrlich so weiter geht's, Freunde wir sind erst eine Stunde 14 live da geht noch jede Menge Fußball jede Menge virtueller Fußball ihr seht es, ne es ist ein zweites Spiel hat noch wenig Punkte da müssen wir uns jetzt auch nicht allzu sehr abfeiern ach, wo ich grad die Weekly Points sehe das vielleicht an der Stelle mal aufgesagt es ist donnerstags immer diese Abrechnung das haben sie beibehalten bei Konami nach der Wartung kommt die Abrechnung und ich war mit meinen 230 Weekly Points erster in meiner Division 4 und bin in Division 2 aufgestiegen also, Minimalziel war erfüllt und Gian Pablo, glaub ich heißt er Gian Pablo Gasperini hat seine Contract Extension Dinger erfüllt also kriegen wir ihn kostenfrei verlängert das ist natürlich auch schön gp sparend und jetzt kommt das angekündigte Stamina Recovery Nutzen kriegt man ja ehrlicherweise in MyClub immer hinterher geschmissen deswegen nutzen wir das einfach mal ganz ungeniert um ohne Unterbrechung oder ohne rumzukaspern in der Stammaufstellung hier erfolgreich weiter zu spielen so, der Portugies Boy geht höchstwahrscheinlich UEFA Champions EuroLeague gucken 9 Uhr jetzt müsst ihr noch die Eintracht loslegen glaube ich in jedem Fall schön, dass du wieder da warst bis zum nächsten Stream Gegner gefunden jawohl drei Balken gefunden bei Tagedes oh, Frankfurt hat schon gespielt hä? ach, dann waren die eben 19 Uhr Spiele oder was? ui! die Eintracht kriegt eine Klatsche gegen Arsenal Dudelange aus Luxemburg gewinnt und in Nicosia bei Thomas Doll da waren schon einige Spiele und die anderen fangen jetzt erst an genau, Gladbach fängt jetzt an und Wolfsburg Frankfurt wurde geklatscht ok, Gegner sagt trotz 3er Balken will ich nicht das ist schade aber nun sei es druck jetzt haben wir wieder 3 Balken reicht das? ja, da haben wir es doch ok, FF Kotza 595 Ratingpunkte der weiß also auch was er tut und ist die letzten 5 Spiele unbesiegt ja, der weiß was er tut das ist doch mal eine schöne Herausforderung wir spielen zum ersten Mal zu Hause an diesem Abend in diesem Stream natürlich nach Buenos Aires La Bombonera was sagen die Trikots? Rot gegen Weiß damit kann ich arbeiten was sagt der Gameplan? die Pfeile wie immer spannend und wichtig Piccini hat keinen Bock aber Nuno Shantosch hat Pfeile nach oben da kann uns also keiner was Kwame wird seine Minuten heute bekommen bin ich mir sicher für nochmal offensiven Druck ansonsten passt das soweit warte mal haben wir beim Gameplay Menü Counter Target Dennis guck mal da haben wir das falsch eingestellt Defensive Pina das passt da haben wir auch die ganze Zeit falsch gespielt und was ich auch noch ändern wollte das ist mir eben aufgefallen als der Kollege hier der Julio Tavares auf ganz links draußen sich angeboten hat select a player der nicht nach außen gehen soll genau der soll immer vorne drin bleiben immer im Zentrum aufbocken und unangenehm sein so dafür habe ich ihn ja geholt meinen Wandspieler so Brainwash wie lange spiele ich PES seit International Superstars Soccer Deluxe auf dem Super Nintendo glaube ich und wie lange spiele ich dieses aktuelle PES seit PES 2015 mit PES 2015 Mario Götze auf dem Cover bin ich zurückgekehrt zur Serie nachdem ich abtrünnig war und FIFA gespielt habe aber das Gameplay kannst du halt einfach haken und dann kam PES 2015 in einem November raus deutlich verspätet und dann hast du nach ein paar Wochen FIFA keinen Bock mehr gehabt da kam PES gerade recht testest du das mal ja das Gameplay war damals im Vergleich zu jetzt natürlich ein bisschen hakelig aber es war wieder das alte PES Gefühl von daher völlig richtige Entscheidung kann ich mir selber nur auf die Schulter klopfen da wieder zurückzukehren zu unserer heiß geliebten PES Serie so wen bringst du mit? Traore, Ronaldinho Carles, Alena Sensi, McCarthy ja so auf Anhieb lasse ich das jetzt nicht wie das unangenehme who is who und von daher Freunde noch einmal hier durch stretchen und dann geht es ins vierte Spiel ein unentschieden eine Niederlage eine total unnötige eine viel zu leichter Sieg und das jetzt vielleicht der erste so auf Augenhöhe alles gut Heimspiel kein Schnee kein Sonneneinstrahl scheiß einfach nur Heimspiel und dann gucken wir mal wie sich dieses Duell hier auf Augenhöhe rausstellt Cuesta Dante ja erstmal bisschen abtasten wie gierig presst der wirklich Tamas Pina keine Scheiße bauen da dann kommt mal so ein Pass zwischen die Linien Tavares Isguerdo ja nicht überdrehen Isguerdo sucht Tavares der pennt da hätte der Kollege sich gut aufbocken können an der Stelle ja erster guter Vortrag oben ist ganz viel Platz das ist zu einfach mein Gott schon wieder ist das zu einfach einfach ein Steilpass und schon tausendprozentige Chance da ist Mignoli alleine gelassen dritter früher Rückstand für die Let's Playmakers eben früh geführt davor zweimal früher Rückstand und jetzt die gleiche Scheiße schon wieder und vor allen Dingen mit einem Tor das viel zu einfach ging jetzt vielleicht aber sofort die Antwort nein oh jawohl gut abgekocht jetzt vielleicht mal sofort schalten auf dem Flügel Isguerdo einfach mal abgehen Isguerdo ja Ronaldinho suchen durchstecken Dennis ein bisschen Glück haben da vielleicht haben wir nicht oh schlampiger Ball Ronaldinho nee Tavares wäre es gewesen auch nicht kommt auch nicht an den Ball aber ihr seht's beide Mannschaften schlampig da geht was Fuß reingehalten sehr gut Zähne nicht bereinigt oben viel Platz Dante kommt nicht hinterher das ist die nächste freie Möglichkeit nee doch nicht bricht ab da wäre eine schnelle Flanke vielleicht besser gewesen jetzt vielleicht mal das Ding auf rechts verlagern Nuno Shattos ja Ronaldinho oben ist Platz für Isguerdo guter schneller Gegenstoß Isguerdo Isguerdo wird nicht angegriffen Isguerdo der kommt nie zum Abschluss Mann oh wieder verzockt der Kollege eine gute Möglichkeit Freistoß auf Ecke auf Dante gezogen ja da ist der Ball weg ja ja das war wieder blind gespielt einfach nur auf stumpfe hohe Steilpässe das sollte man tun nichts vermeiden zum langen Hafer gezwungen das ist sehr gut Questa ist da kocht ab nimmt Ronaldinho mit da ist doch jetzt mal Raum das Raum Dennis jawoll das fängt an mit dem offensiven Anlaufen beim Abschlag zwingt zum hohen Ball den Questa da locker gewinnt und dann geht's ratzfatz nach vorne Ausgleich die Let's Play Makers antworten an der Stelle oh da wollte er den Ball nie und nimmer hin haben ey nie und nimmer da wollte er den Ball nie und nimmer hin haben oh gibt's die Flanke oder bricht er wieder ab Avasim und ein bisschen Glück haben wir Ballbesitz Shidosi als ob ich den so leicht spiele Digga hat ganz viel Platz Shidosi Setzt auf dem Außenflügel da Isguerdo ein hat ganz viel Raum zu laufen da fehlt ein bisschen was ja langer Hafer komm wo ist sie ja komm da muss doch gepresst werden Freunde da mal Spina rückt da mal gierig raus mal zeigen was hier Sache ist Heimspiel Freunde Heimspiel ja Nuno Schattos kommt knapp dazwischen nicht richtig nächster Anlauf Ronaldinho schöne Übersicht die Flanke ist nicht verkehrt Ball unangenehm aber kriegen wir gelöst sehr gut Ronaldinho wieder Isguerdo der macht keine 90 Minuten in dem Tempo egal Tavares Tavares komm 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 setz durch Mann du bist doch so robust oh ah Skillstick ja nein ist aus schade gute Idee da von Nuno Schattos mit dem Double Touch oh kommt dazwischen oh mit Ansage dass der Pass kommt wir kommen nicht dazwischen jetzt aber gut zugelaufen sehr gute Phase der Let's Playmakers gerade Ronaldinho sollte den Pass den Schuss doch antäuschen klappt nicht 36 Minuten rum ja der war unangenehm zu verarbeiten ja da ist zu nein klar den Ball gewinnen und dann kann der Quester nämlich wie beim 1-1 ankurbeln ja ok Spitzentower zurück vielleicht ein bisschen auch Ritterschlag für unser Pressing an der Stelle Tavares der ist der lenkt sich wie ein Lkw ehrlich aber das musst du einzusetzen wissen und dann Alibi hoher Steilpass kriegen wir verteidigt weiter geht's Mignolet Nuno Schattos ja hast du gedacht nix gibt's einfach mal den Turbo einlegen Emanuel Deniz Körper rein ja der ist wichtig der ist wichtig und dann am Ende mit vereinten Kräften zu zweit abgekocht schade mal guter Laufweg dabei oh gut umlaufen cd bleibt heiß Mignolet da plus 1 letzter Angriff der ersten Halbzeit gibt das nochmal nein schießen wir uns gegenseitig in die Fresse Passthilfe 1 Passthilfe 1 Passthilfe 1 die Standardeinstellung da habe ich seit drei Jahren nix dran umgestellt mit Julio Tavares Pfeil nach oben da muss mehr kommen von unserem Brecher kommt Dante Fuß zwischen Körper zwischen sehr gut Ronaldinho Emanuel sucht Emanuel Deniz ja oben ist Platz kriegen wir den noch ja jawoll ui Nuno Saptos unten wartet irgendwer und der Ball kommt genau falsch oh da war mehr drin in der Szene da war mehr drin ja den haben wir vorausgesehen den Pass war klar dass er den irgendwann wieder mitnehmen wollen würde oh oh wie viel mehr offene Sohle willst du nehmen ist das dreckig lässt der eiskalt laufende Schiedsrichter lässt der eiskalt laufen und der ist weg das ist der größte Witz da zerfickt er meinen Spieler und der lässt es laufen und bei so einem Kickifuck sagt er ja komm faul ein bisschen so hinten touchiert lächerlicher Pfiff ehrlich Freischuss muss kommen nein das ist zu einfach ach ist das billig ein Witz Freistoß und ein Witz Abwehrverhalten kann sich da irgendwie mit dem Steilpass ganz einfach in den 16er begeben Ronaldinho kriegst du dich da mal rumgequirlt Tavares Iscuardo die Bewegung war Gold wert Tavares Mann Pfeil nach oben muss sofort der Ausgleich sein Ey das ist wieder so ein Spiel das musst du nicht verlieren hör mir doch auf Dante wichtiger Kopfball komm schon wichtig jawoll wichtiger Ball Kurbeln weiter Kurbeln Kurbeln keiner da immerhin Oldenis jetzt aber Tavares Ausgleich meine Fresse 2-2 schnelle Antwort so muss es laufen ja gehen wir halt auch mal ins Pausenmenü ist einer müde ist einer müde Ronaldinho ich sag ja der macht das heute wahrscheinlich nicht über die 90 Minuten Iscuardo auf der anderen Seite Dauerläufer hält sich gut oh Servus Achim schön dass du auch wieder da bist hast schon drei grützige Partien verpasst komplett ausgeglichene Bilanz beim Let's Play Maker bislang deswegen muss dieses Spiel gewonnen werden der Typ ist doch machbar Heimspiel da kann der jetzt umstellen was er will keine 60 Minuten rum ich bin schon wieder sickig komm hallo die Leute sind nicht fürs Pausenmenü hier ja komm weiter geht's ja da passiert was ja ne immer noch nicht ja wenn er jetzt nicht den taktischen Kniff des Jahres raushaut dann weiß ich es auch nicht so die 120 Sekunden mussten ja müssen ja jetzt auch langsam mal abgegolten sein oder uns ist so langweilig uns ist so langweilig ja uns uns ist langweilig wir haben die Schnauze voll wir haben die Schnauze voll ja jetzt geht doch was oder jetzt geht doch was oder ist nicht mehr im Gameplay-Menü jetzt muss doch was passieren ist das mühsam eyy was für Kaspar sind hier online unterwegs ja ich glaube jetzt haben wir endlich Fußball Mercasi raus Romarinho rein das ist ein Bronz in der Spieler den habe ich auch ist eine hängende Spitze das war zu einfach da haben wir Räume weggegeben kommen wir dann nochmal hinterher kommen wir dann nochmal in den Zweikampf Szene ist gefährlich aber Mignolet passt auf und sucht sofort Fajar riskanter Ball aber kommt an kriegen wir dann nochmal Tempo aufgenommen ja Pinar Emmanuel Deniz Ronaldinho wird abgekocht und kriegt den Fuß dann nicht in den Zweikampf Dante der ist wichtig ja offene Sohle wenigstens das sieht der Schiedsrichter richtig und jetzt vielleicht mal mit dem nötigen nötigen kühlen Kopf Fajar gefault ja ja klare Nummer gibt der Schiedsrichter da mehr als nur den Freistoß wäre auch zu viel des guten 32 Meter ne da hauen wir nicht drauf Isquardo will den Ball will einmal hier auf links durch sprinten Isquardo oh das ist fast schon zu einfach Isquardo schön auf dem Flügel sucht da Tavares wow Fall nach oben Tavares riesen Kopfball Chance für unseren Hühnen da vorne riesen Chance aus da muss immer da ist er Tavares der will den Ball der will den Zweikampf komm schon ja das ist nicht gefährlich ungefährlich durchs Gedränge muss ja eigentlich muss ja eigentlich nur einer den Fuß hin halten dann ist das kaum zu parieren oben anlaufen jawoll Nuno Chantos nimmt Emanuel Deniz mit Doppelpass gelingt und da ist doch jemand am Fünfer eingelaufen Flanke ist grützig Ronaldinho wäre da gewesen Ronaldinho wäre da gewesen so viel mehr drin in der Szene oh hat da ein bisschen Glück beim Abpraller jetzt wird es gefährlich Fragezeichen ja genau das oh dreckiger Zweikampf zum Glück abgefiffen sonst wäre er durch gewesen jawohl Isquardo ich sag ja jetzt vielleicht mal ein bisschen besonnener bisschen besonnener ja der Pass mit ein bisschen Glück kommt da an Tavares mal ein paar Leute rausziehen ja jetzt haben wir da Glück im Zweikampf Tavares nein 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 zu hektisch am Pet wenn wir schon mal Glück haben mit Ronaldinho und er hat jetzt glaube ich da hinten schön den Riegel aufgesetzt kann das sein hat da eine fette Kette aufgezogen aber noch knapp eine Viertelstunde Zeit netter Angriff ist jetzt aber da relativ alleine ja zieh mal rein Questa kocht ab jawohl Questa kocht ab und dann kein Problem für Mignolet und Tempo aufnehmen Nuno Shantos komm auf gehts Kollege hast die ganze Seite für dich gutes Angebot von Emanuel Deniz der wird jetzt in den Doppelpass mit Ronaldinho Emanuel Deniz nimm nochmal Ronaldinho mit nein da wirds zu eng ich sag ja der hat da jetzt irgendwie alle Leute mit nach hinten beordert hoher Steilpass stumpf Möglichkeit sofort wieder Druck aufzubauen Nuno Shantos gutes Angebot von Feijer nimmt Ronaldinho mit nimmt wieder Feijer mit nimmt da wieder Feijer mit Gutes Fund nein guck mal da muss doch einer hin und bestrafen ja jetzt haben wir auf einmal kein Mittelfeld mehr oder was kein Mittelfeld mehr oben ist Platz aber Avasim lässt sich nicht rauslocken einen Wechsel bringen wir gleich auch nochmal aber den Angriff fahren wir noch Emanuel Deniz auf Ronaldinho Deniz Deniz nein jetzt hätten wir uns doch langsam das 3-2 verdient jetzt nochmal frische Leute nochmal frische Leute drei frische Leute Nuno Shantos müde dann kommt Basta ja gut machste nix Coarme für Ronaldinho der hat den Kaffee auf und dann ist da nicht mehr viel da ist nicht mehr viel ja Esquerdo raus Beulesen was soll ich machen zwei defensive außen müssen kommen weil alle anderen Magen Darm haben komm offensiv der freut sich über das Unentschieden ich merke das doch der dreckige Typ freut sich doch über das Unentschieden gut gelaufen von Feiger ja da haben wir Glück Beulesen kommt an den Ball unten ist Platz jawoll da ist Feiger versucht es flach zu lösen und Tavares versucht es mit Zauberfuß Ball wieder weg Ball wieder weg pressen Leute pressen Beulesen läuft gut zu jawoll es gibt drei oben drauf letzter Versuch letzter Angriff nochmal über Feiger nochmal Tavares ohhhh ist das behindert zu hektisch ne das ist doch wieder so eine Partie die musst du gewinnen der hat ja nichts drauf guck dir das an 10 zu 2 Torschüsse und es geht 2 zu 2 aus hör mir auf hör mir auf mein Gott ja was machen die Leute immer im Optionsminüt ich verstehe es auch nicht ich verstehe es auch nicht wie man diese wie man diese zwei Minuten da komplett ausreizen kann und am besten noch die komplette Halbzeit durchlaufen lassen und popeln ätzend Freunde ätzend kein guter Stream bisher durchwachsende Ergebnisse aber klar so eine Phase musste auch mal kommen die neuen Spieler müssen sich reinfinden und so weiter und so fort letztes Spiel jetzt Freunde letztes Spiel immer noch ausgeglichene Byzanz ein Sieg zwei Unentschieden eine Niederlage da war nichts dabei wo man sagen müsste jo der war einfach viel viel geiler und ja vielleicht kriegen wir die Bilanz jetzt noch mit dem letzten Spiel gerettet schön dass ihr so zahlreich da seid Freunde habe ich das heute schon mal gesagt schön dass ihr so zahlreich da seid und so lange dabei seid ist ja auch keine Selbstverständlichkeit freut mich immer wieder über Kommentare über Views über alles Abos auch lasst alles da egal ob auf YouTube oder auf jetzt Twitch gerade live das ist schön das macht Spaß berichtet wie bei euch MyClub läuft Featured Players verpflichtet habt ihr Glück gehabt bei den Ziehungen habt ihr die FIFA Demo gespielt und findet sie geil alles kommentieren macht einfach ja gute Unterhaltung so muss es doch sein stellt euch mal vor ich gewinne jedes Spiel und sitz die ganze Zeit hier so und mach nur mach nur Eier schaukeln wäre ja auch nicht gut manchmal braucht man so dreckige Unentschieden über die man sich aufregen kann jetzt aber gerne schnell einen Gegner finden das wäre schön ah der hops sauber schön dass du da bist alter Stammzuschauer freut mich dass du da bist dass es gefällt Wolfsberg führt in Gladbach what the f crazy ganz ganz crazy aber gut wenn wir das Spiel gemacht haben komm zwei Sterne nehme ich jetzt wir wollen spielen oder zwei Balken wir wollen zocken was sagt der Gegner spielt er oder spielt er nicht lässt sich Zeit verhandelt noch ja dann bitte nicht dann nächsten Gegner suchen komm habe ich keine Zeit für für confirming opponent und dann passiert nichts komm ah er hat ihn dann confirm Pirogol 78 der ist noch mal älter als ich hat die letzten drei Spiele nicht gewonnen kommt aus San Sebastian toller Vorname spielt mit dem FC Bayern auch noch mal schöne Trikots oh und was er ja häufiger mal fordert dass hier die kleine Maus auch mal ins Bild kommt ne Kimma sagst du mal Hallo sagst du Hallo ne sagst du nicht Hallo ne hat gerade nicht die Ruhe weg die kleine Maus so jetzt gehst du mal bitte jetzt zählt es nämlich also der FC Bayern noch mal zu Gast hier in meinem Stream wann streame ich immer ja ich habe leider keine festen Zeiten ja ich bin nicht ganz so flexibel ähm ne ne ich bin nicht ganz so standardmäßig unterwegs eher flexibel das heißt Augen auf generell hier also deswegen ist Abo dalassen halt so sinnvoll ihr werdet ja informiert dann ähm darüber hinaus bietet sich natürlich noch an Twitter zu folgen da kündige ich es immer an und genau im Notfall wenn ihr mich nicht live erwischt dann könnt ihr jederzeit natürlich auf YouTube schauen da habe ich eine Playlist für PES 2020 und ihr verpasst dann keinen Stream ist dann nicht live aber es ist genau der gleiche Inhalt also macht euch da dann keine Sorgen in den Let's Playmaker verpasst ihr nicht wenn ihr es denn wirklich wollt so dementsprechend ist das eher so eine spontane Nummer bei mir wenn Sturm frei ist wenn Freizeit ist dann wird ein Stream rausgehauen jetzt am Anfang nach Release bin ich glaube ich ganz gut unterwegs ich glaube das ist der sechste innerhalb so einer Woche einer Release Woche also ne jetzt sind wir ja am achten Release Tag ja ich glaube so war es sechster Stream am achten Tag nach Release lässt sich glaube ich ganz gut an bei mir im Kanal ich meine ich stream seit Jahren PES von daher ist das wenig überraschend dass ich hier auch wieder steil gehe von daher leider keine klare Ansage im Sinne von immer Montag 17.30 oder so aber aktuell kannst du mich häufig beim PES streamen antreffen so dann schauen wir mal Casteldin Bassano Riccarte das sind aber noch Startspieler auf der anderen Seite hast du dann aber auch wieder einen Achempong den ich bei PES 2019 mit einer Scout Combo gezogen habe weil der eben so geil ist geiler Ausstürmer schnell trickreich nervig von daher ist das schon mal einer wo wir unser Auge drauf setzen müssen auf der anderen Seite fehlte dem Kollegen ein fehlte dem Kollegen ein ein Spieler der Marke Ronaldinho oder Piquet Messi irgendwie sowas wo du sagst okay das ist so ein abgrundtief gefährlicher Cheater Stürmer bei ihm da müssen wir vielleicht drauf aufpassen so Kimba jetzt mal nicht nerven nicht nerven kleine Maus warum ist das Menü auf Englisch weil ich alles auf Englisch spiele ich spiele alle Spiele auf Englisch und habe die Playstation auf Englisch gesetzt ist meistens bei so Story spielen und mit Sprachausgabe für mich deutlich geiler deswegen ist das bei euch jetzt hier natürlich englisches Hauptmenü bei PES aber auf Englisch kommentieren kann ich nicht das kann ich leider nicht so oben rechts waren schon kurz die Leck-Symbole angedeutet ist das vielleicht nochmal die Quittung hierfür komm ich drücken ja es leckt es leckt das ist bitter zum Abschluss nochmal ein Leggy Spiel ihr seht es oben rechts oh ne mühsam ich glaube das ist das erste Leck Spiel was ich in PES 2020 habe bisher immer alles gut selbst die 2 Sterne Verbindungen waren sauber und das ist deutlich am ruckeln das ist nicht spielbar so was willst du am allerwenigsten haben im Stream oder im Leben ein unspielbares Leckspiel und dann verliere ich das am Ende und dann hat mir das so gar nichts gebracht ihr hattet nochmal die letzten Minuten im Stream keinen Spaß wie das hier Sekunden immer stehen bleibt ich kann den Spieler nicht wechseln übrigens sehr gut wow hey kann man kann man hier irgendwie quitten oder so ohne dass ich hier den Stream beenden muss oh oh vielleicht will ich gar nicht mehr quitten oh schade na geht's nein ja müssen wir jetzt leider durch Freunde müssen wir leider durch es sei denn PES sagt irgendwann die Verbindung ist tatsächlich zu beschissen und er löst uns ohne eine Wertung das wäre noch die freundlichste Variante dass uns da keine Punkte weggenommen werden ja kriegt der Brenner den kriegt der Brenner den kriegt der Brenner den leckt es bei ihm auch Emanuel Delis 1-0 ja ist natürlich bitter ich gehe einfach mal davon aus dass es bei ihm auch leckt von daher gewinnt jetzt wahrscheinlich nur der glücklichere oder der der am besten mit Sekunden Pausen im Spiel umgehen kann eins nur für die Let's Playmakers tut mir leid für euch jetzt als Zuschauer das sieht natürlich nochmal beschissener aus hier werden die ganze Pässe die ich drücke verschluckt ja ein schönes Fußballspiel wird das jetzt hier nicht Ronaldinho Ronaldinho Brenner und da ist der Brenner ja ui ja das Let's Spiel macht jetzt natürlich nochmal so den Stream ein bisschen kaputt trotzdem gerne Abo da lassen ja da mir jetzt hier so ein bisschen das Gefühl fehlt abzugehen plätschert das Spiel jetzt hier auch beim Kommentator so ein bisschen dahin jetzt müsst ihr im Chat erst recht den Spaß bringen schlechter Ball da von Nuno Shantos jawoll Dante passt auf schlechter Ball auf Isguerdo ja wenn man so ein Leckspiel hast dann musst du umso mehr klare Bälle spielen und klare Aktionen laufen nicht dieses ganz hektische kurzfristige Geklicke ich meine es ist schwerer getan und leichter gesagt als getan so rum aber klar wenn man mal die Möglichkeit hat vielleicht das Ding eher nach vorne ballern statt jetzt hier den Haken nach hinten wählen der möglicherweise einen leichten Konter geben kann ja so da haben wir wieder Scheibenglück und emmanuel denis bleibt gefährlich also so dass vielleicht mal erklärt oder erwähnt die letzten streams emmanuel denis sehr viele tore gemacht sehr schwer zu verteidigen gut genug am ball fürs klatschen lassen guter antritt und ich glaube mittlerweile weiß gar nicht ob das ist ob ich bronze aber mittlerweile auch schon wie 75 76 hat schon einiges an level ups genommen der gefällt mir echt gut emmanuel denis der nigerianer ich glaube aus belgien ist ein sehr gefährlicher faktor geworden fuß reinhalten egal wie es zur pause steht freunde ich versuche aus dem match rauszukommen in der halbzeit haben wir vielleicht noch mal die möglichkeit zu gehen vielleicht spielt er mit wlan das ist super ja das wäre es natürlich aber das ist auf jeden fall jetzt so ein moment wo ich mir denke ich habe jetzt das ein oder andere mal nach zu langer wartezeit bei zwei balken gesagt ja komm spiele ich jetzt halt gegen zwei balken und das ging auch immer ja bis jetzt ging das auch mit zwei balken nahezu ruckelfrei fehlerfrei aber das hier ist der absolute abfuck ganz ehrlich absolute abfuck macht keinen spaß ist frustig ganze tastendrücke werden hier verschluckt vom spiel und auch wenn ich hier eben geführt habe auch wenn ich hier noch mal ein tor schießen sollte deshalb macht hat vor allen dingen keinen spaß also da kann ich mich dann am ende kann ich mir nichts dafür kaufen vielleicht jedoch im spiel zu gewinnen wenn ich dafür irgendwie so und so viele minuten leiden muss im gameplay und dann auch noch im stream und dann auch noch im vermeintlich letzten spiel milenkovitsch kommt da zur flanke ne kommt da nicht hat aber noch mal scheiben glück mini ist da ja wohl jetzt haben wir gleich pause die hoffnung da das spiel beenden zu können mir dann auch egal ob es ein penalty gibt und ich die punkte verliere so lange hafer ronaldinio noch mal letzter kopfball ja hallo gibt mir doch den isqueredo unten so jetzt wird spannend ja bei wlan ist das problem die verbindung ist vielleicht genauso schnell wie mit dem kabel aber die hat immer mal wieder so kleine löcher drin in der verbindung und ich kann das match abbrechen haben wir glück gehabt schenken wir ihm halt den sieg ist mir an der stelle auch egal wird dann halt fett gegen einen gewertet aber naja wenigstens verlieren wir keine weekly points genau also die verbindung mit wlan ist ja teilweise hat die mal so kleine dips und diese dips sind dann lecks und dann ist es unspielbar für beide leider und damit so einem match kann man ja ehrlicherweise den stream nicht beenden dementsprechend suchen wir noch mal gegner und du hast per se mit wlan gezockt und wenn du die dann wenn bei dir die verbindung dann stabil ist ja glückwunsch also ich hatte hin und wieder mal gezwungenermaßen mit wlan spielen müssen dann merkt man sofort ein unterschied und wenn es nur mal zwei drei momente sind im spiel allein das ist ja dann schon gefährlich kann ich keinem empfehlen generell nicht mit wlan online zocken deswegen sitze ich hier auch am kabel glattbach 02 das ist ja ein toller abend für die deutschen vertreter in der euroleague so kommt gibt mir noch mal ein spieler einmal noch mal abfeiern hier einmal noch mal ein spiel mit guter verbindung idealerweise ein sieg wenn ihr schon so zahlreich und lange am stream bleibt wollen wir noch mal einen krönenden abschluss das sind drei balken das muss klappen jawohl dark echo der ist auch ein bisschen besser als ich also das noch mal eine schöne herausforderung zum schluss auch eher wackelig durch die letzten fünf spiele gegangen bei mir zählt das letzte spiel natürlich nicht wisst ihr selber psg zu gast weiß gegen dunkelblau machen war wir gehen wieder ins la bombonera hoffen auf gute feile und dann gehen wir noch mal vollgas feile sind okay piccini versus nuno santos nuno santos ist kaum schneller bisschen dribbelt stärker und sonst alles grütze heißt cristiano piccini aber sowas von meilenweit gesetzt auf der rechten außenbahn ja lange wartezeit lange gegner sucht zeit bypass ganz schlimm auf der xbox weil das glaube ich die am wenigsten verkaufte version ist weil man nicht patchen kann könnt ihr euch ja denken dann der pc und die ps4 hat die meisten verkäufe und dann kommt es noch mal darauf an was ihr für einstellungen wählt spielt ihr zwei sterne wie ich müsste schon mal länger warten vier und fünf sterne geht glaube ich schneller dann kommt auf die uhrzeit an einfach mal morgens um acht uhr geht nicht so gut hat leider was vergessen umzustellen einmal mehr versuchen wir einfach mal aus der distanz wenn der ball schon so schön hüpft bei julio tavares der aber alles ist nur nicht mein konterstürmer das bleibt der dennis aber das war schon das war schon das war schon weiter geht's so dass noch mal eine schöne herausforderung zum ende des streams knappe 700 rating punkte emmanuel denis schöne bewegung schöne bewegung paced sich da vorbei jetzt muss die flanke auch kommen leider zu kurz zu kurz für tavares fuß dazwischen thomas spieler den brauchen wir heute mal wieder als stabilisator als gegengewicht und denis lässt sich durch junge noch mehr drin in der szene wieder pina sehr stark gute erste viertelstunde ersten zehn minuten für die let's play makers kriegen wir da noch mal druck drauf von alginio kommt nicht in doppelpass mit fächer falsch angelaufen jetzt kommt der ball dante hoher steilpass ab sein wer schon wieder so ein einfacher angriff der zu einem riesen zu einem tor zu einer riesen chance geführt hat abseits knappe nummer und immer schön kurz ausführen wir sind hier um fußball zu spielen schiedosi pina dennis da kommt das angebot von ronaldinio geblockt laufduell vielleicht noch mal denis 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 kocht ihn ab kommt flanke muss kommen dennis nein ein bisschen was fehlt aber pc die kommt auch nicht da fehlen ein paar zentimeter für wichtigen ball gewinnen in der vorwärts bewegung fuß dazwischen pina jawohl wichtig nichts einfaches zulassen jetzt umläuft der linksverteidiger psg setzt sich erstmalig fest bleibt hängen jetzt vielleicht mal die linie knüppeln das ding jawohl dennis der nimmt den ball ronaldinio mitnehmen der klappt jetzt haben wir ein bisschen tempo im konter feyser auf isquardo einmal durchgespielt gute szene isquardo nimmt der tavares doch mit der läuft nicht der läuft nicht da war mehr drin schöner konter schöner angriff aber da war mehr drin und am ende kein tor abschluss dante dante ganz spitzer winkel menu le ist auf dem posten menu le auf dem posten ecke kommt sehr nahe vors tor isquardo kriegst nicht gereinigt und dann mit dem rücken zum tor kein kontrollierter abschluss möglich aber solche szenen brauchen wir nicht rapina sucht die anspielstation china sie auf pc nie vielleicht mal auf dem flügel durchbrechen pc die pc nie fast zu leicht ja das ist doch ein gutes ding für da war es ja genau so müssen die kommen immer auf den zweiten posten von rechts auf julio das ist doch ein probates mittel unangenehm zu sein hallo nimm den spieler ja schön gepresst immer dranbleiben immer bissig sein präsenz zeigen hier am heimspiel einmal die linie entlang geknüppelt ob die flanke die kommt kommt schauen da sind wir gut aufgestellt in der innenverteidigung was körperliche hoheit angeht das läuft doch die square ist das für ein ball ganz schlimmer ball von isquardo zum glück zu hektisch umgeschaltet von psg szene somit vermogelt direkt der gegen angriff den heide tavares fehlt aber wieder schlampig von psg kriegen was jetzt mal bestraft zweiter poste nee erster posten irgendwie abgelegt tavares wieder mit dem kopf schritt entgegen haben wir den ball direkt wieder schritt entgegen haben den ball direkt wieder konta von psg zugelaufen von avasim alles gut ja gute phase und dann schlampig schlampig hektisch irgendwie ganz viele negative worte aber isquardo ist da sehr wach und wieder nicht wieder nicht den zweikampf geholt freunde da war mehr drin flanke kommt aber sie ist da jawohl sehr gut werfen sich in alles rein da werfen sich in alles rein abseits bitte abseits sonst habe ich ein problem abseits 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 jury abseits jawohl abseits falle geht abseits falle klappt koop spiele ich bis jetzt noch gar nicht vielleicht bietet sich darüber mal die möglichkeit aber für den moment für den start noch kein koop gespielt so 38 minuten sind absolviert fehlt noch so der ganz große moment von den let's play makers aber noch dennis pens emmanuel dennis pen schlampiger ball wieder pc ist da ja ja zu weit vorgelegt so weit vorgelegt pichini lässt sich aber nicht verarschen pichini lässt sich nicht verarschen emmanuel dennis kommt aber einen abschluss guter moment und alginio hat das auge für seine mitspieler dann natürlich lange hafer der wird gefährlich den ist den ist ja schön durchsetzen den es kommt schon ist wichtig doppelpass nein aber zwingt zumindest die verteidiger zum unsinn zwingt die verteidiger zum unsinn langer hafer den haben wir doch ja locker ein angefangen war noch vielleicht noch mal langer schlag auf tavaris den musst du holen junge holt ihn auch von alginio emmanuel dennis keller abseits dennis 1 0 und er zählt noch jawohl erzwungen 1 0 mit dem pausen film und das geht in ordnung freunde das geht in ordnung leichtes übergewicht das müssen wir jetzt zu ende bringen psg auch recht harmlos nicht dass die let's playmakers hier in der ersten halbzeit ein feuerwerk abgefackelt hätten aber ps jeder hat noch einen ticken zögerlicher wird jetzt in der zweiten halbzeit sicherlich noch ein bisschen anders auftreten noch ein bisschen mehr kurbeln pichini gut der rechtsverteidiger vom fc valencia gekommen was machte tavaris da im defensiven mittelfeld räume zu laufen der will's wissen iscuardo passt auf jawohl fußball spielen jawohl kontrolle und pina mitnehmen den stabilisator stark tamas pina einer der ersten spieler die ich gezogen habe von cd alaves jetzt ronaldinho geht in die tiefe kann tavaris auch fußball spielen nein doch vielleicht zieht den freistoß lass mal schön liegen das übernimmt der maestro kommen den hauen wir jetzt einfach rein ronaldinho genau zwischen die köpfe freunde genau zwischen die köpfe ronaldinho kommt schon gaucho gaucho jetzt jetzt kommt vielleicht das feuerwerk wunderschöner freistoß haarschar vorbei mauer reagiert nicht mal wieder stark fächer ersetzt heute toni will hena und das gar nicht mal so verkehrt tavaris schön rumgemogelt tavaris sucht ronaldinho mit flachpass abgeblockt kommen wir weg kommen wir weg da habe ich wieder was vergessen umzustellen also ist also ein bisschen bisschen unkonzentriert heute muss ich auch sagen denn der tavaris ist normalerweise mit dem anker hier eingestellt dass der mir nicht auf dem flügel ausweicht das soll der nicht der soll im zentrum bleiben dafür ist er noch geholt und abgefeiert worden wegen eben seiner körperlichen präsenz jetzt wirft er sogar den ball ein geht gar nicht aber egal einmal fußball spielen pina ronaldinho versuch war fidesz schuss ronaldinho jetzt nimmt der ronaldinho das heft in die hand orchestrierte angriff um angriff und fürs absolute wohlfühlen fehlt das 20 ne guck mal so schnell kann es gehen da laufen sie auf meine dreierkette zu das ist zu billig warum ist das so einfach gegen mich tore zu machen heute das geht nicht ohne ankündigung el charani nie gehört ist das ein weißballspieler das würde das ganze natürlich perfekt machen steht es auf einmal 1 1 emmanuel denis mit ronaldinho bei verlust jawohl bei verlust oh dante riskierte alles mit dem tag legen völlig unnötig flanke kommt minuel ist da vom abwerfen auf geht's langer wurf noch nicht vorbei das spiel aber gerade deswegen müssen wir jetzt auch nicht alles oder nichts spielen eine stunde rum bisschen gefeiert nach dem 1 0 vielleicht auch die eine oder andere chance gehabt zum 2 0 komm minoli mitspielen 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 oh man ey patch die scheiße endlich die ecke kannst du verhindern ja wird zum glück nichts draus konter möglichkeit isquardo ich hab doch schon längst auf passen gedrückt und der ball ist weg jawohl nichts passiert aber mehr drin für isquardo uns zu schalten ja da ging mehr oder sollte mehr gehen hops 1 1 ok heißt ja noch nichts alles noch offen ein weiteres unentschieden oder gar eine niederlage das wäre sehr bitter da wäre der stream auf jeden fall für ein po wieder dieser el charani typ vorher nie gehört wieder der durchsteck versucher diesmal passt dante auf komm gerade ball spielen fußball genug weißer auf dem platz jawohl el farani nicht el farani farger der marokkaner zieht die strippen noch nicht so wie wilhena und tavarez hat keine ballbehandlung verliert den ball tavarez und dann läuft er halt nicht hinterher oder sollte nicht hinterherlaufen und der ist weg der ist weg kammer spieler bisschen grützig gerade die let's play makers schlechter ball der sollte auch tiefer auf emmanuel dingens gehen auf emmanuel dennis sollte der gehen charani versucht zu schön will es da mit einem haken lösen der nicht da war jetzt vielleicht mal entgegen kontern dennis schöner haken auf einmal ganz viel da denis denis hat er ein bisschen glück denis mit ronaldinho abschluss versuchen eine halb chance war nur eine halb chance plötzlich ist die linke abwehrseite entblößt da müssen wir mal ausrücken einrücken alles rücken ist quer du ist da ja wohl nächste möglichkeit zu schalten oben über piccini gleich wird vielleicht mal gewechselt für die letzten minuten sehen noch nicht vorbei denis passt gut auf mit piccini mit das ist jetzt was und die auf der fahre setzt sich doch durch cd lathe ist oder video abgefangen glanz hat kein tor schlampiger aufbau die square darf sich verzocken jawohl der ist wichtig die square stark stark setzt sich durch junge alles und ich wird gehalten wo ist der schiri wenn man die mal braucht wird da klar gehalten abfang pina ist daher wohl china ist da hektisch unnötig ja psg sucht seine chance wieder charani der legt zurück der legt den ball zurück lukas vasquez von real madrid den musste machen zu offensiv verteidigt mignolet kommt raus fehlt dann natürlich im tor hallo hat er auch der richtig perverse außenstürmer kombo hat er auf dem platz gezaubert können wir hallo kann ich auch mal was machen mein gott aber auch hier freunde es deutet sich hier aber mal eine enttäuschung an kwame kommt für denis geht auf dem flügel jetzt wird es ganz pervers hauptsache wir kriegen noch mal frische beine rein hauptsache wir kriegen noch mal frische beine rein counter target geht dann da oben hin komm mal weiter kollege mal weiter kommen letzten minuten auch hier war wieder mehr drin aber noch ist aber nicht vorbei ticken offensiver ich will das jetzt gewinnen aber sie china wird gut angelaufen el charani ist zu billig das ist schlecht verteidigt ante kriegt den ball noch mal langes dreschen kochfallduell wer da wichtig gewesen ich habe nicht gesehen wie viel es on top gibt viel wird das nicht also wir dürfen uns jetzt gerne noch mal beeilen ja noch nein was ein enttäuschender scheiß da fällt es mir jetzt schwer hier vorne hin zu gehen aber wir müssen es ja irgendwann mal tun das war's für den stream freunde leckige scheiße war dabei einige enttäuschungen waren dabei trotzdem muss ich hier auf den abmoderations schemel ja also das war's für den heutigen stream vielleicht der erfolgloseste der zweite war schlimmer der zweite war schlimmer aber okay heute hat es nicht sollen sein mit vielen siegen vielen rating punkten nichtsdestotrotz sehen wir uns hoffentlich bald zum streamen wieder abo dalassen wenn es gefallen hat wenn ihr keinen stream oder kein upload auf youtube später verpassen wollt da gibt es wieder scout ziehungen noch und nöcher neue spieler geile tore das war's für den moment vielen dank fürs zahlreiche zuschauen fürs lange dabei bleiben und jetzt ist vorbei jawohl schönen abend tschüss ciao